Dann fangen wir an! Mit was für einem Tag fangen wir denn an? Keine Ahnung, was haben wir denn heute? 17. Dezember, Adventskalender, Frau-Tag, Herr-Tag. Und wir beginnen mit Ostmann! Ostmann, die leckeren Würze und Rezepte. So, wir machen Flammlachs. Flammlachs? Flammlachs ist geil. Das ist doch weihnachtlich hier. Ich diene mich hier am Seeberger. Nüsschen! Seeberger Nüsschen, was haben wir gesagt? 17. Bam! Crunchy Flavorsnack. Gesalzen sollte. Proteingehalt größer als 20%. Und dann kannst du die Woche wieder ganz viele Nüsse essen. Genau, ich habe die ganzen Nüsse mittlerweile alle alleine gegessen. Oh, lecker waren sie. Am besten die Mischung. Es ist nicht entscheidend, was in einer Packung drin ist. Ich muss entscheiden, dass man von allen Packungen ein bisschen was hat. Kinder. Kinder Schokobons. Kinder. Weiße Schokolade. Beste Schokolade. Äh, 17. Wo ist denn die 17? Unter der 24 hat sie sich versteckt. Und da ist, wie sollte es anders sein, ein Schokobons. Schokobons. Gustav. Ich esse jetzt gleich. 17. Ach, ist. Was ist das? Oh, was für dich. Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade. 100% aus Früchten. Aber hier ist die 17. Wir machen es jetzt einfach so, dass du diesen 17 herausnimmst. Oder ich nehme ihn raus hier. Der Pechkekskalender. Fang mal an, dass ich dich beleidige. Dann darfst du mich beleidigen. Du bist wie ein Furz, den man wegwedelt. Pipi-Kacka-Humor. Das ist deins, gell? Naja. Und wenn ihr auch auf Pipi-Kacka-Humor steht, dann mach das bloß weg. Und tschüss, bis morgen. Tschüss. Tschüss, und dann mach das auf. Pcis. Pcis. Pcis.